Mann, wie funktioniert denn das hier? Frauen und Technik, kann ja nichts werden. Weißt du eigentlich, was du uns Frauen alles zu verdanken hast? Ja, haben uns entschieden, genau. Den CX-3, genau. Die 120 PS-Variante, genau. In dem Grau-Metallik, bitte. Was glaubst du, wer das Bierbrauen erfunden hat? Frauen und Technik? Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt.